Es ist zu berichten über einen Run auf den Planeten Mars. Am Ende geht es um zwei Fragen. Gibt es oder gab es Leben dort und werde Leben dort wieder möglich? Die Planeten stehen gerade gut für eine Mission. Die Strecke von der Erde zum Mars ist zur Zeit in der Navi. Die Erde stirbt, Leute das war's. Wir bauen eine Arche und ziehen auf den Mars. Du bist eine Frau, ich bin ein Mann. Wir fangen ganz von vorne an. Wir bauen Tennisplätze auf dem Mars. Einkaufszentren und Kopp den Mars. Wir bauen Tennisplätze auf dem Mars. Tschüss, Erden, Hall und Mars. Ad Astra, to the stars, was gut mit der Erde. Hallo und Mars. Wir nehmen mit Familie Schmidt zwei Pinguine, zwei kluge Delfine, zwei kleine Aachen, ein paar Giraffen, zwei Salamander, eine tanzende Panda. Wir bauen Tennisplätze auf dem Mars. Wir bauen Tennisplätze auf dem Mars. Wir bauen Tennisplätze auf dem Mars. Was für ein Spaß. Was für ein Spaß. Ad Astra, Türe, Stars, wir bauen eine Arche und fliegen zum Mars. Wir packen ein, eine Küste Wein. Zwei Zittermale, zwei Killerwale, zwei Gunnokokken, ein paar Tennissocken, zwei süße Katzen, die in der Mikrowelle platzen. Oh. Wir bauen Tennisplätze auf dem Mars. Wir bauen Tennisplätze auf dem Mars. Mars. Vertraue und peoples. Über Einde conjunction. Macht's gut, Mutter Erde. Das war's Mach's gut Tschüss Bis drinnen Bye, bye Tschüss, tschüss Auf immer wieder Was gut unter der Erde Das war's Bis drinnen